hallo zusammen und willkommen zurück zu lego city undercover so nachdem wir uns in der letzten episode den bankräubern ein überfall auf ein hochhaus gewidmet haben und die verbrecher dingfest gemacht haben geht es nun wohin geht es jetzt noch mal müssen also ja zum pool zwei polizei zurück okay dann gehen wir mal wir gehen in die falsche richtung das soll natürlich nicht entspannen das werden wir es am spannend sind sportwagen statt in krankenwagen unterwegs ein cabrio aufs meer hinaus treiben sehen ja grüß dich wenn ich zwar nicht aber trotzdem nicht viel wofür verdienst du eine beförderung das arbeit sind als kanalarbeiter die krüder was bauen kaugummi automat sieht das so aus der hat aber gesessen ja das wird toll ja und wie toll das wird frisch ist mir gerade eine kaugummi zerblase ins gesicht gehauen dann können wir hier viel einsacken ja wie sagt man so schön das geld liegt auf der straße schön wenn das wirklich so wäre passt du auch jeder will eine gehaltserhöhung hier kann man wieder was hier kann man wieder was was wir hier finden Was für ein Chaos! Unglaublich, dass ein Clown eine Bank überfallen hat. Es sind wohl alle Klammen beim Zirkus. Ich kann es kaum abwarten. Nächste Woche fange ich als Feuerwehrmann an. Grüß dich! Hey, was geht? So. Hi. Hast du im Gefängnis was rausgefunden, Chase? Nö. Wir fahren noch gar nicht im Gefängnis. Ach ja, ins Gefängnis sollen wir gehen. Ah, hier stimmt ja. Jetzt aber wieder. Kaugummi. Kaugummi-Automaten. Das habe ich aber. Und nochmal was zu filmen. Das war seltsam. Na, na. Oh. Nicht wirklich größer geworden. Grüß dich! Hm. Ja. Ist er besser? Haha. Ihn hat das auch in die Lasse geschlagen. Ah, hier können wir wieder einen Superbau machen. Haben wir genug? Ja, haben wir. Runden. Ja, wenn unsere Bauarbeitern mal so schnell arbeiten würden, das wäre klappt. Ich bin auf Vorbrecherjagd. Ich bin auf Vorbrecherjagd. Ist hier überhaupt Wasser drin? Na gut. Das war seltsam. Wieso? Ach so, du meinst, dass der Brunnen sich so schnell aufgebaut hat? Ja, das sieht man ja auch nicht alle Tage. So. Ach, wir sind ja jetzt komplett zu Fuß gelaufen. Na ja. Macht auch nichts. Kommen wir besser an als mit dem Auto. Dieser blöden Steuerung. Okay. Stacks wieder eingesammelt. Ja, dann mach ich mehr nach Hause. Äh, zur Arbeit mach ich. Okay. So. Ja, natürlich. Man baut auch so eine Übergangsbrücke, damit die, oder sind das keine Verbrecher? Genau. Was sind denn das Polizisten, die jetzt da auf den Hof sind? Bluffbeard! Chase McCain! Äh, lange ist her. Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Äh, das ist sechs Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Käpt'n der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super. Die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Die Fähre versenkt, super. Hey Ellie. Haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scansoftware aktualisieren. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Yeah. Okay. Äh, Ellie. So. Mal gucken, ob wir einen Superstein finden. Sollte mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme habe ich. Bin da nur nicht die Papageienfehlerallergie. Die Papageienfehlerallergie. Ah, ja. Das ist verdammt wichtig. Toll. Und wie kommen wir jetzt dahin? Hey, super! Okay. Wir müssen weiter suchen. Da ist noch einer. Okay. Wir können wieder was bauen. Ne. Mal suchen. Ach, lass mich rein. Also wieder zu dieser Kühlboxer hin. Ja. Super. Stein. Okay. 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 und und das ist okay wo ist der nächste geht ja immer aus dem scanner raus war noch gar nicht fertig so und dann ist genau noch hier kommen wir nicht rein ok nein nein verdammte entengrütze gut dass wir nichts so weit zurück müssen matrix teil ok hier müssen wir noch haben hier können wir uns nicht festhalten hier geht es auch nicht weiter tun wir erstmal ob wir überhaupt genug punkte haben hier geht es hoch na hier hier hangel 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 ok Okay. Sehr schön. Wo hinterher? Wenn du was verpasst? Ah, hier ist noch einer. Sehr schön. Und, sauber. Jetzt hoch. Na, geht die leider mal hoch. Ah, 15.000, oder? 15.000. Klasse. Okay. Wow. Na, komm. Hopp, hopp. Und, ja, wohl. Richtig. So, jetzt können wir das andere bauen. Dann kommen wir jetzt weiter. So, dies haben wir auch noch einen. Na, komm schon. Na gut. Na gut. Jetzt können wir die Fähre neu bauen. Werde wohl ne Weile hier im Hafen fest sitzen. Ah. Könnte mir ne Opa anschauen. Nur nicht die von Pansans. So viele unerfreuliche Erinnerungen. Ne Opa anschauen. Voll die Opa, ey. Die Opa. 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 Oh, Leute. Ich würde gerne noch die anderen Sachen einsammeln. Obwohl sie verschwinden, Leute. Die Opa. Dafür hast du ein Gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Äh. Okay. Vielleicht schaffen wir's diesmal sogar. Haha. Das klingt ja vielversprechend. Okay. Super. Jupp. Und auf geht's. Alle Mann an Bord. Das Albtraumschiff legt ab. Mann, das ging aber schnell. Und wir sind sogar noch ganz unglaublich. Wir leben. Wir haben das lebende Ufer erreicht. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lass ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Was für eine Schlafmütze. Ach so, ja. Die Stelle hier. Bau, bau, bau. Dann machen wir das auch nochmal fertig. Was für eine Schlafmütze. Ich bin ja schon mal gerade hier. Okay. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Falsch noch knapp. Okay. Dann. 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 dann liegt mal ein schlüssel einfach mal unter den zeitungen oder was das ist ist ja nur ein fängelschlüssel wenn irgendwelche verbrecher ausbrechen aber das ist ja wohl komikon so und jetzt super All right, Dad. So. Okay. We'll put one of them on him. Hmm. War doch gut, dass wir hier lang gegangen sind. Können wir diesen Stack auch mitnehmen? Nee, nur von drinnen bestimmt. Können wir auch noch nichts machen. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Bo, 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 bo. Und hopp. Na. Na. So. 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 Weiter. Weiter chase. Weiter, weiter, weiter. Jawoll. Gut. Und jetzt hopp. Bingo. Na. Da fragst du den falschen. Okay. Da eine Wand ist noch irgendwas. Da müssen wir noch mal nach draußen. Nein. Darunter wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, nee, nö. Oh. Boah. Leckofanny, ey. Na toll. Ich wollte zwar zurück, aber nicht zurück zum Strand. Naja. Das sich tun wir jetzt nicht mehr ändern. Boah. So. Ach, Männer. So. Ach, Männer. So. Ach, Männer. Ach, Männer. Ach, Männer. Na. Na. Wissen wir doch kohlen. grüß dich ja grüß dich auch erzähl konnoisse jetzt komplett rum noch mal aber schön vorsichtig ist das ist nur noch wieder unter metzger ok können wir uns als metzger verkleiden und die schlechte ja wir gehen als metzger ins gefängnis und sagen wenn du nicht sofort die informationen raus wird arbeite ich die zieler dina gulasch okay diese albert rausgegängnis und alle sind am pennen die wachen hier ist ein super stark welcher hier drunter springen muss noch mal so kommen und ich mir später erstmal die mission wecken wir den hallo aufstehen du schnarchnase aufstehen verlege das ist das nögelchen von endgültig vorbei das alte wird aufgewärmt ich komme nicht hoch am tags ok da kommen wir auch nicht rein ja dann müssen wir wohl doch über dieses system durch aus dem weg was könnte es denn wohl schöneres geben einen ganzen tag oder ja guten tag es geht bald los oder okay wichtig denn meine hosentasche eins und zwei und drei, vier und ja, fünf und das ganze nochmal eins und zwei und drei und vier und fünf ja, weil du hier im gefängnis bist, darum kriegst du kein hier und zwar klappen wir hier werden immer stärker ein box du gehörst in den gerichtshof nicht in den gefängnis hof nicht schlecht man kann sie richtig gut mit die worte super ne wo ist eigentlich euer basketball geblieben jungs so ein paar richtig fiese typen haben in uns weggenommen total nicht nett war das wenn ich euch den ball bringe lasst ihr mich dann rein kein interesse die das nicht zu versprechen doppelte verneinung das enttäuscht mich jetzt aber die wollen ihren basketball ich glaube wir trainieren noch mal ich muss wieder anständig werden ich muss wieder anständig werden nein nein es geht bald los ja es geht immer gleich los hier können wir nicht sein ja natürlich wir haben wir mal eben die gefängnis hoch geöffnet die katze mag nicht nicht von welchem typ ich jetzt hier irgendwo gesehen haben von wen wurden der ball genommen ok hier nicht abracadabra ach die dann wasch dich anständig dann wirkt es auch nicht abracadabra zweimal fauler schwarzer peter wie wärs mit einem wochenend trifft welcher tag ist heute immer noch damals ich muss aber erstmal muss ich sehen wie sie reinkommen das glaubst du wohl selbst nicht das gefangen hat ist auch kein urlaub kommt nicht in die tüte drogenpakete werden hier nicht verschickt aus dem gefängnis ja hm wie kommen wir dann jetzt darüber ja finde ich auch ich bin ja liebe kartoffelchips kommen wir wieder nur von außen rein also brauche ich jetzt 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 kommen wir jetzt kommen auch da wieder hoch dann ok das war ein weg da rein finden die andere und die mit dem ball sind auch falsche richtung ok hat meine zeit im knast sinnvoll verbracht weiß jetzt wie man polizist wird ab gelernt ok beim nächsten mal erwischen die mich nicht ok ja bist du sicher hier man so ist so hör auf zu schnarchen da oben du wirst aufpassen damit nochmal schnarchen 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 hoffentlich ist das die richtige straße tja das wirst du wohl früher oder später erfahren so ja toll wir kommen auch nicht weiter echt super also war der komplette weg umsonst naja fast dafür können wir ja diesen stein jetzt holen und max kein blatt richtiger einstern kubbel angeblich dass die polizei tempo sind einfach ziehen ich sollte mehr zeit auf dem land verbringen das ding habe ich gar nicht genau hingesehen das ding habe ich überhaupt nicht gesehen die knalltüte okay so na so von na so um um ja ganz genau auf dem gratis ein donut weiß ich was wahrscheinlich schon das ding kann man auch nicht öffnen ich streng mich nicht mal an die ergeblich saures nicht schon wieder ich stehe nie es wird dir noch leidtun mich getroffen zu haben ich bin doch nur ein kleiner fischt ein paar armbanduren klaut ich kenne meine rechte die verbrechungsrechte noch niemals ein basketball ja das ist noch ein alter doktor gehen wenn du nicht krank fühlst wenn du ihn besucht hast fühlst du dich erst recht krank unser ball na gut wir lassen dich rein zu gütig kumpel ja nachdem wir die aufgabe erfolgreich beendet haben mit dem basketball und dass wir ins gefängnis gekommen sind werden die erst mal hier den part ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen wenn ja hinterlasst einen daumen nach oben schreibt ein paar kommentare wie es euch gefallen hat und in dem sinne wünsche ich euch was und bis demnächst